Applaus Und Sie erwarten mit Sparabon den nächsten Kampf in der Frauenklasse mit 60 Kilo, in der A-Klasse. Rote Ecke, Katrin Hühl, Nordend-Hoffenbach gegen Naomi Mannes, DSG Frankfurt in der Frauenklasse. Rote Ecke, Katrin Hühl, Nordend-Hoffenbach gegen Naomi Mannes, DSG Frankfurt in der Frauenklasse. Rote Ecke, Katrin Hühl, Nordend-Hoffenbach gegen Naomi Mannes, DSG Frankfurt in der Frauenklasse. Rote Ecke, Katrin Hühl und Nordend-Hoffenbach gegen Naomi Mannes, DSG Frankfurt in der Frauenklasse. Vielen Dank. Ja. 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 Applaus 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 In der blauen Ecke begrüßen wir Naomi Mannes. Naomi, ich mache den Tag, Stopp für die CSB-Kampur. Befeucht wird sie in der Ecke von Andrea Ritzak. Applaus 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.